Guten Abend miteinander. Eier färben und verzieren, das ist ein Osterbrauch, den man weit zurück verfolgen kann und den besonders in den osteuropäischen Ländern eine grosse Tradition hat. Von Generationen überlieferte Moster werden, das ist nur eine Technik, aus diesen gefärbten Eiern herausgeritzt und das ist dann das Ergebnis, wenn man mit der entsprechenden Sorgfalt und Geduld dahinter gegangen ist. Zum Färben gibt es bei Coop jetzt wieder eine grosse Auswahl an Eierfarben und Naturhölzer und mit den Stäben zum Malen und Tupfen oder mit den dekorativen Abziehbildern schaffen sogar die kleinsten Künstler richtige Meisterwerke, wo man dann den Osterbaum schmücken kann. Neben den Schweizer Eiern in der praktischen 10er Packung zum Aktionspreis offeriert ihnen Coop zurzeit auch gefärbt Eier besonders günstig und wie die modernen Osterhasen die grosse Nachfrage bewältigen, schauen wir jetzt in einem kleinen Film an. Musik Musik Das Morgenessen wie ein König, das Mittagessen wie ein Bürger und das Nachtessen wie ein Bettler, die Volksweisheit hat sich grob zu Herzen genommen und offeriert ihnen alles, was für ein ausgewogenes und abwechslungsreiches Morgen braucht zum Aktionspreis. Leidenschaftliche Morgenmuffel können natürlich auch auf das Morgen verzichten und erst beim zu neun mitmachen. Hunger bis am Mittag ist allerdings weniger gut. Warum das so ist, erfahren sie unter anderem aus den 10 Regeln der gesunden Ernährung, die sie bei Coop lassen können. Ausgiebig frühstücken und überhaupt Gutes essen können sie ganz bestimmt auf der Mittelmeerkreuzfahrt, die in der Coop aus Anlass des 100-Jährigen besteht, zu einem besonders günstigen Preis anbietet. Diese Kreuzfahrt mit der komfortablen Azur führt sie während acht Tagen nach Griechenland und in die Türkei. Eine Stadtrundfahrt in Athen und Istanbul schenken wir ihnen. Abfahrt ist am 9. Juni in Venedig und buchen können sie die Jubiläumkreuzfahrt jetzt bei Popularis durch. So, und jetzt zeigen wir ihnen wie immer das Rezept. Guten Abend. Zu den fettarmen Fleischsorten, wie wir sie für das Fitnessmenü bevorzugen, gehört ganz sicher das Boulet. Das meiste Fett ist unter der Haut. Nach dem Kochen kann man es leicht mit diesen wegnehmen. Ein frisches oder aufteiltes Boulet lasse ich in einem Sud aus Salzwasser, einer besteckten Zwiebeln, ein paar Pfefferkörner und in Stängel geschnittenen Rüebeln, zugedeckt 50 Minuten lassen. In dieser Zeit kann ich beilagen, es gibt Brathertöpfchen und Kohlräbeln und Saffran-Sauce machen. Einen Esslöffel Mehl in einem Esslöffel Anken antempfen, mit Hühnerfond ablöschen, ein Briefchen Safran, Geien, Pfeffer und Salz beifügen und am Schluss mit saurem Halbrahm verfeinern. Diese Soße über das zerleite Boulet verteilen und mit den Beilagen servieren. Und weil wir beim Fernsehen immer so wenig Zeit haben, können Sie zu Hause in Ruhe das Rezept in der Coop-Zeitung nachlesen. Viel für genügen! Ein Massagesitzüberzug kostet bei Coop jetzt nur 15 Franken. Zwei Tuben Tomisenf mild gibt es für 2,70. Und 375 Gramm Kilox Max für nur 3,60. Der Liter Vollrahm oder Sosserahm ist jetzt 2 Franken günstiger. Und zum Morgen offeriert Ihnen Coop einen feinen Butterzopf an 400 Gramm für nur 2,40. Und das ist das Coop Jubiläumsangebot. 6 Dosen Midi Sweet Corn für nur 5,20. Das war's für heute! Ich danke fürs Zuschauen und wünsche Ihnen einen schönen Abend!